Hallo, willkommen zu unserer guten Tat von heute. Was haben wir uns diesmal überlegt? Unser Vorschlag wäre, nehmen ein sehr schönes Foto von etwas Positives in Chemnitz, auch irgendwas, was dir schon immer gut gefallen hat, was du eventuell jetzt mal richtig bewusst schön fotografierst. Das kann eine Hauptsehenswürdigkeit sein, kann aber auch eine Kleinigkeit sein. Und ich gebe auch unter dem Video noch einen Link an, wo man sehen kann oder ein paar Tipps bekommt, was man bei guten Fotos beachten sollte. Denn es wäre total toll, wenn man in ein paar Tagen dann ein paar klasse Ergebnisse sehen kann, die aus dieser Aktion entstanden sind. Also ich freue mich schon und bedanke mich bei allen, die mitmachen und wünsche noch eine schöne Adventszeit.